Er meldet sich nicht mehr. Was ist dann zu tun? Hier gibt es viele Fehler, die du vermeiden solltest. Und für mich einen richtigen und wichtigen Tipp. Let's go! Mein Name ist Manuel Albert, der ist bekannt aus Funk und Fernsehen, Social Media. Und wir haben täglich mit meinem Teenager zu tun, wie wir die Liebe retten, zum Traumpartner kommen oder den Ex-Partner zurückerubern. Und deswegen ist ganz wichtig, dass du weißt, was ist zu tun, wenn er sich nicht mehr meldet. Vorneweg gibt es ein paar Punkte, Tipps, die für mich wichtig sind, um dich überhaupt dorthin zu bringen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass es mit euch beiden gut läuft, dass die höher ist. Weil ich weiß, dass es die einen Fälle gibt, die machen Fehler und Murks und Wupp. Er meldet sich nicht mehr, sondern er meldet sich gar nicht mehr. Ist auch später nicht mehr reparierbar. Und es sind die anderen Fälle, wo er sich vielleicht mal nicht meldet, aber sich dann wieder einringt. Du willst zu dieser Gruppe gehören, ganz klar. Und am Ende eben für mich der wichtigste Tipp, die wichtigsten Verhaltensweisen. Es lohnt sich also, dabei zu bleiben. Dann vorneweg als erstes, wenn er sich meldet, welche Fehler werden gemacht? Jemand bezieht es auf sich. Oh mein Gott, ich bin schuld. Wir wissen nicht als erstes, lass los, dass das was mit dir zu tun hat, sondern es kann sein, dass was mit dir zu tun hat. Kann aber auch sein, dass es einen Umzug gab, dass er schlecht drauf ist. Ich habe schon erlebt, wie ein Handy geklaut worden ist oder kaputt war, ein Display nicht mehr funktioniert hat. Und plötzlich konnte sich die Person nicht mehr melden. Aus tausend Gründen. Und die Person hat am anderen Ende gesagt, ach so, ich dachte, es war wegen mir. Warum mache ich das mit dir? Damit es dir gleich direkt besser geht. Wenn alle immer alles auf sich ziehen, wenn du immer die Tendenz hast, ich bin schuld, es ist wegen mir, dann hast du insgesamt viel mehr Schuld auf dir. Die Schuld drückt auf die Schultern und macht Leute klein und unselbstbewusst. Ich will, dass du selbstbewusst bist und für möglich hältst, dass es etwas anderes gewesen sein könnte. Zweitens deswegen ganz wichtig, ziehe erst jetzt erst recht die Schultern zurück, gehen eine aufrechte Körperhaltung. Es gibt ganz klare Untersuchungen. Wenn du das machst, wirkst du attraktiver, weil dein zentrales Nervensystem über das Biofeedback von den Muskeln gesagt bekommt, ich bin gerade gut drauf, denn diese Körperhaltung haben Menschen nur, wenn sie gut drauf sind. Da gibt es sogar Untersuchungen, dass das bis ins Tierreich, bis zu irgendwelchen Hummern im Meer gilt, dass, wenn sie gut drauf sind, sich stark fühlen, sie aufrechter gehen und ihren Körper größer erscheinen lassen. Nutze diesen uralten Trick. Und nun kommen wir zu den Techniken. Ganz wichtig, apropos natürlich immer gerne das Video mit einem Like belohnen und weiterleiten, wenn du jemanden hast, kennst, der an dieser Stelle häufig scheitert. Denn hier ist es wichtig, jetzt nicht die Fehler zu machen, sondern es richtig zu machen. Kommen wir jetzt zu den Fehlern, die du auf keinen Fall machen solltest. Nochmal und nochmal nachhaken. Und gerade eben hatte ich das im Coaching. Er meldet sich gerade nicht. Sie hatte ihm geschrieben vor zehn Tagen. Sie hat ihm nochmal geschrieben vor sieben Tagen. Sie hat auch eine Frage reingestellt, die er eigentlich beantworten wollte. Und aus irgendeinem Grund meldet er sich nicht mehr. Erster großer Fehler, bei dem ich bremsen musste und helfen musste, jetzt nicht nachzuschieben. Hey, was ist los? Warum melde ich dich nicht? Etc. Etc. Und so weiter und so fort. Das wollen wir auf keinen Fall. Das heißt, als allererstes Zeit vergehen lassen. Zweiter Fehler, der immer gemacht wird, ist, dass man jetzt die Sachen variiert. Vielleicht noch das und noch das und noch das. Du wolltest mir Fotos schicken. Willst du vielleicht noch heute Abend, dass wir zusammen Sport machen oder vielleicht noch was essen. Oder du mir noch dabei was hilfst oder das was erklärst. Also klack, 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 klack. Der Thread, wie man das nennt, dieses ganze Geschreibe auf der Seite wird immer mehr und der Bart wird immer größer. Falls die andere Person eine Person ist, die gerade einfach nur zu viel um die Ohren hat, Stress hat, einfach mal gerade ein paar Tage sagt, ich schaue mal gerade nicht in Nachrichten rein. Ich weiß, macht das noch nicht, aber manchmal kommt es vor, ich schaue mal ein paar Tage nicht in Nachrichten rein, weil ich so viel um die Ohren habe. Und er sieht, wie diese Zahl sich erhöht. 5, 6, 7 neue Nachrichten, dann wird das erst richtig schwer und er kriegt teilweise richtig Lust, sich erst recht nicht mehr zu melden oder er kommt in eine Prokrastination. Diese Zahl, Prokrastination, ist das, dass man plötzlich keinen Bock mehr hat oder Angst hat, eine Aufgabe zu erledigen. So und wie so ein Berg. Viele Leute kennen das von der Steuererklärung oder wenn sie mal wieder aufräumen müssen oder irgendwie sowas machen müssen. Und mit jeder Zahl, wo da steht, dass du mehr geschrieben hast, erhöht sich der Prokrastinationsberg. Wir müssen den klein und gering halten, das ist entscheidend. Und jetzt, ach übrigens, du hast den Kanal nicht abonniert und noch nicht die Glocke aktiviert, mach das jetzt. Welcome to Team Date, Doktor. Du willst keine Tipps verpassen, Rund um Beziehung, glückliche Beziehung schaffen und tolle Typen und Frauen zu erobern. Und deswegen unbedingt jetzt abonnieren, Glocke aktivieren. Danke. Auf geht's, wir kommen jetzt zum Herzstück. Was ist das Entscheidende? Wenn du ihn ein bisschen kennst, dann weißt du ungefähr, was er wahrscheinlich zurzeit tut. Arbeitet er viel, macht er viel Sport, ist er weg, ist er im Urlaub? Versuche als erstes, jetzt kommt der entscheidende Tipp, in Empathie zu gehen. Empathie ist die Fähigkeit, dem anderen ein bisschen ins Gehirn, ins Hirnkastel zu schauen. Und wenn der zum Beispiel jetzt gerade viel arbeitet, dann würde ich erst recht die nächsten Tage mir den Kalender mit Arbeit vollpacken. Macht der gerade sehr viel Sport, mache ich sehr viel Sport. Zockt er mit Freunden sehr viel, dann würde ich mich mit Freundinnen treffen, abhängig, Zeit zu verbringen. Warum? Immer wenn ich in einen ähnlichen Modus gehe wie der andere, habe ich ein besseres Feingefühl für ihn, was er gerade braucht, wo er hängt. Und dadurch, dass ich empathischer bin, kriege ich eine dickere Connection mit ihm. Das heißt, unser Bauchgefühl oder auch so ein bisschen so meine Mentalkommunikation, falls du an sowas glaubst, wird stärker. Aber vor allen Dingen bist du dort, wo er ist, mental. Und dann, wenn wir ähnlicher ticken, haben wir auch viel besser raus, ein paar Tage zu warten und zu sagen, ach so, ja, wenn ich erst so viel mit meinen Freundinnen gerade unterwegs bin, merke ich gerade, ich habe auch nicht jeden Tag Bock, irgendwas zu schreiben. Du kriegst also ein Gefühl für ihn, was dich super sympathisch macht, sehr attraktiv, sehr attraktiv. Und dann gibt es manchmal in diesem Fluss dieser Arbeit, diesem Party machen, dem Urlaub machen, was auch immer es ist, nach einer Woche ungefähr irgendeinen Moment, der cool war, besonders war, lustig war, speziell war, wo du ein Ereignis hast, ein Erfolg beim Sport und sowas. Und das könnte man, nachdem eine Woche lang nichts passiert ist und auch sich an der Zahl der offenen Nachrichten von dir bei ihm, wenn er mal so ganz kurz überwurzelt drüber fliegt, sich nichts verändert hat. Und dann nach einer Woche schießt nach oben mit etwas, was aus derselben Welt kommt, in der er ist. Eben, weil er gerade in der Freizeit viel abhängt, deine Freizeit, weil er viel im Sport ist, was aus deinem Sport, weil er viel arbeitet, was aus deinem Arbeitsleben, weil er gerade im Urlaub ist, was aus deiner Freizeit oder irgendwie Wochenendurlaub. Und diese Sachen, gleich und gleich verbindet sich gerne mit der ähnlichen Ausstrahlung, mit demselben Hintergrund, knallt eher durch und sorgt dafür, ach Mensch, jetzt stimmt, ich wollte ja schon vor einer Woche schreiben, was ist da passiert? Ach cool, sie macht auch gerade Urlaub. Ach cool, sie ist auch gerade weggefahren. Ach cool, sie ist auch gerade mit ihren Freunden die ganze Zeit am, ach cool, sie ist auch am Pfeilen und so weiter und so fort. Und wir haben die höchste Wahrscheinlichkeit, dass es in dem Moment irgendeine Reaktion gibt, von der aus du weitermachen kannst. Und wie es dann weitergeht, erfährst du in weiteren Videos, wie gesagt, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Wenn du noch Fragen hast, irgendwas bei dir anders ist, schreib es jetzt in die Kommentare. Und ansonsten, wenn du sicher gehen willst, dass das mit dem und dir klappt, komm zu uns ins Coaching. daydoktormalen.de ist der Spuchung. Ja, ja, findest du direkt hier unten den Link. Wir coachen den ganzen Tag am Telefon, auch wie man in eine Beziehung kommt oder wie man den Traumtypen für sich reaktiviert oder gewinnt. Ich glaube an dich, ich glaube an dich. Viel Erfolg. Ich glaube an dich, ich glaube an dich, zu überprüfen, Gut sicher. Vielen Dank.